Seit mehreren Monaten beschäftigen sich insgesamt acht Unterarbeitsgruppen mit diversen Themen zur Waldbrandprävention. Gesteuert werden diese Arbeitskreise von einer Lenkungsgruppe, deren Federführung beim Landkreis Goslar liegt. Geleitet wird die Lenkungsgruppe vom Fachbereichsleiter des Fachbereichs Ordnung Verkehr und Bevölkerungsschutz Frank Michael Krukow und von Kreisbankmeister Uwe Fricke. Eine Unterarbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Themenkomplex Persönliche Schutzausrüstung, Fahrzeug- und Gerätetechnik, Fördermöglichkeiten und Fördermittel. Damit sich die Mitglieder dieser Unterarbeitsgruppe eine bessere Marktübersicht verschaffen konnten, wurde auf dem Gelände des Diabas Steinbruchs-Huneberg bei Bad Harzburg eine Fahrzeugvorstellung durch den Kreisschirmeister Martin Müller von der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Goslar in Zusammenarbeit mit der Firma Aalborn Generalvertretung für Unimog-Fahrgestelle aus Sildesheim durchgeführt. Nach der ausführlichen Vorstellung zweier Unimog-Fahrgestelle hatten die Teilnehmer Gelegenheit, beide Fahrgestelle auf ihre Fahreigenschaften und auf ihre Geländegängigkeit hin zu testen. Hierzu bot das Steinbruchgelände ideale Testmöglichkeiten. Die Feuerwehr Bad Harzburg wurde am 31. August mittags zu einer Alarmauslösung in die Amsbergstraße gerufen. Die Brandmeldeanlage einer Schule hatte der Leitstelle einen automatischen Feueralarm übermittelt. Vor Ort konnten aber weder Feuer noch Rauch festgestellt werden, es handelte sich zum Glück nur um einen technischen Defekt. Am Abend kam es dann zu einer weiteren Alarmierung. Der Leitstelle Goslar wurde über Notruf eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus aufgrund eines Defekts an einem Ofen gemeldet. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Eine verklemmte Rauchabzugsklappe sorgte für die Rauchentwicklung. Ein Nachbar war vorab schon zur Hilfe geeilt und hatte erste Maßnahmen getroffen. Für die Feuerwehr blieb lediglich die Kontrolle der Zimmer und das Querlüften der Etage. Die Feuerwehr Bad Harzburg wurde am 1. September vormittags gemeinsam mit dem Rettungsdienst in den Sonnenweg gerufen. Über Notruf wurde eine unklare Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus Ecke Ilsenburger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage, im Haus Flurroches eindeutig verbrannt, Rauch war wahrnehmbar. Bei seiner ersten Lageerkundung konnte der Einsatzleiter den Mieter einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in Sicherheit bringen. Zwei weitere Personen mussten das Haus verlassen. Anschließend ging ein Trupp unter Atemschutz zur weiteren Erkundung in die betroffene Wohnung vor und löschte mehrere brennende Putzlappen in einem Ofen. Der ältere Herr aus der Brandwohnung wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend zur medizinischen Versorgung in eine Klinik transportiert. Die weiteren Personen blieben unverletzt. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnten die Räumlichkeiten von den Anwohnern wieder bezogen werden. Am 1. September kam es am späten Nachmittag auf der A369 kurz hinter der Anschlussstelle Süd in Fahrtrichtung Braunschweig-Werningerode zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Person schwer verletzt zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert werden musste. Die Ortsfeuerwehr Bad Harzburg sicherte vor Ort die Einsatzstelle ab. Für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen musste die Autobahn bis zum Autobahn 3 Harz in Fahrtrichtung Ost voll gesperrt werden. Der Warntag 2020 ist eine Aktion von Bund und Ländern. An ihr sollen in ganz Deutschland und somit auch im Landkreis Goslar sämtliche Warnmittel erprobt werden. Das heißt, überall in Deutschland werden am Warntag Sirenen und Lautsprecherwagen ertönen. Hinzu kommen weitere Warnungen. Der Bund greift dazu auf sein modulares Warnsystem zurück. An dieses System sind sogenannte Warnmultiplikatoren angeschlossen, zum Beispiel Radiosender und App-Server. Diese versenden die Probewarnung in ihren Programmen respektive an die Endgeräte. Das bedeutet, Radio- und Fernsehsender werden beispielsweise ihre Sendungen unterbrechen. Parallel dazu werden Warnmittel auf kommunaler Ebene ausgelöst, wie beispielsweise Sirenen an Feuerwehrstationen oder Lautsprecherwagen. Im Gebiet der Städte Goslar und Seesen sowie in Neuwall-Moden wird die Bevölkerung mit einem extra hierfür vorgesehenen Sirenen-Signal gewarnt. Daneben haben der Landkreis und die Stadt Goslar zwei mobile Sirenenanlagen zur einsatzstellenbezogenen Warnung beschafft. Die Anlagen der Stadt Goslar werden von der Verwaltung bedient. Die Anlagen des Landkreises wurden auf die Ortsfeuerwehren Altwall-Moden und Bettingerode verteilt und von dort im Bedarfsfall besetzt. Das Sirenen-Signal dient als sogenanntes Warnmittel mit Weckeffekt, welches auf eine Gefahr aufmerksam machen soll. Im Ernstfall, wenn keine Übung angekündigt ist, sollte sich die Bevölkerung weitere Informationen über Kanäle wie Warn-Apps oder lokale Radiosender beschaffen und auf zum Beispiel Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr und Polizei achten. Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten werden für den Fall, dass etwa vor Rauchentwicklung bei einem Brand gewarnt wird. Warnungen erfolgen zurzeit vorrangig über Medien- und Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr und Polizei. Im Rahmen neuer Konzeptionen im Bevölkerungsschutz gewinnt jedoch auch die Sirenenwarnung wieder zunehmend an Bedeutung. Bund und Länder haben im Rahmen der Innenministerkonferenz 2019 gemeinsam beschlossen, ab dem Jahr 2020 jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September einen bundesweiten Warntag stattfinden zu lassen. Er soll dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen. Wer rechtzeitig gewarnt wird und weiß, was zu tun ist, kann sich in einem Notfall besser selbst helfen. Der bundesweite Warntag am 10. September 2020 findet aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen eingeschränkten Möglichkeiten der Vorbereitung in eingeschränkter Form statt. Im Nachgang zur Hochwasserkatastrophe 2017 im Landkreis Goslar sowie einiger anderer Schadensereignisse haben die kreisangehörigen Kommunen und der Landkreis Maßnahmen ergriffen, um die Warnwege für die Bevölkerung auszubauen und zu verbessern. Teilweise wurden mit oben genannten Warnmitteln bereits weitere Möglichkeiten geschaffen, jedoch nimmt die technische Umsetzung einige Zeit in Anspruch und konnte noch nicht flächendeckend abgeschlossen werden. Zukünftig planen auch weitere Kommunen im Landkreis Goslar, ihre Sirenenanlagen entsprechend zu ertüchtigen. Zusätzlich empfehlen der Landkreis Goslar und die kreisangehörigen Kommunen den Nutzern von Smartphones, sich die Warn-App NINA, Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes im App Store oder bei Google Play herunterzuladen. Neben Bevölkerungswarnungen des Bundes, der Länder sowie der Landkreise und kreisfreien Städte werden dort unter anderem auch die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes verarbeitet. Die Warnungen am 10. September 2020 im Überblick. Über das mobile Warnsystem des Bundes, insbesondere Warn-Apps wie NINA sowie Rundfunkmedien, Warnung 11 Uhr, Entwarnung 11 Uhr 20. Im Landkreis dort die Städte Goslar, Sesen, Bad Harzburg und die Gemeinde Wallmoden. 11 Uhr Auslösung der Bevölkerungswarnung an den Sirenenstandorten im Stadtgebiet Goslar und Sesen sowie in Neuwallmoden. Auslösung der mobilen Sirenen der Stadt Goslar mit Lautsprecherdurchsagen an den Standorten Moritz-von-Sachsen-Platz in der Altstadt sowie in Vienenburg in der Radau-Straße-Ecke Goslarer Straße. Auslösung der mobilen Sirenen des Landkreises an den Standorten in Altwallmoden im Bereich Feuerwehrdorf-Gemeinschafthaus und Bad Harzburg zwischen Westerode und Bettingerode. 11 Uhr 20. Auslösung des Entwarnungssignals. Folgende Tonfolgen werden an den genannten Sirenenstandorten ausgelöst. Bevölkerungswarnung. Einminütiger an- und abschwellender Heulton ohne Unterbrechung. Entwarnung. Einminütiger Dauerton ohne Unterbrechung. Die Bürgerinformationsveranstaltung zum Marktplatz Ohlhof am kommenden Montag, dem 7. September, wird örtlich verlegt. Sie findet nicht wie angekündigt im Go-Tech statt, sondern in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz. Im Kirchenzentrum der Kirchengemeinde St. Johannes in Ohlhof, Wolfgang-Borchert-Weg 10. Beginn ist nach wie vor 18.30 Uhr. Die Plätze sind begrenzt. Angesichts der Corona-Pandemie und der geltenden Abstandsregelungen ist eine verbindliche Anmeldung zwingend erforderlich. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Goslarer mit Wohnsitz im Stadtteil Ohlhof. Interessierte können sich per E-Mail unter der Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer an pressestelle.goslar.de oder alternativ telefonisch unter der Rufnummer 05321 704 249 anmelden. Sollten die Anmeldezahlen die verfügbaren Plätze deutlich übersteigen, wird die Stadtverwaltung eine zweite Veranstaltung organisieren. Ab Montag, dem 7. September bis zum 2. Oktober kommt es in Jürgen Ohl zu verkehrlichen Einschränkungen. Grund sind Schachtregulierungsarbeiten in der Danziger Straße und der Robert-Koch-Straße. Die Baustelle rückt in diesen Tagen kontinuierlich weiter und mit ihr halbseitige Sperrungen. In Teilbereichen kommt es jedoch in der Zeit von 8 bis 13 Uhr zu Vollsperrungen. In den betroffenen Bereichen ist die Durchfahrt oder Anfahrt entsprechend nicht möglich. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Straßen Grauehöfer Landwehr im Fliegerhorst und Marienburger Straße. Am diesjährigen Kinder- und Jugendschutztag am 9. September 2020 sollte es eigentlich wieder hoch hergehen. Bereits im Februar 2020 stand das Programm fest, Räume waren gebucht und Referenten eingeladen. Doch die Corona-Pandemie machte alle Planungen hinfällig. Bereits im Juni 2020 war den Arbeitsgruppen im Netzwerk Familie im Landkreis Goslar klar, dass alles Geplante nicht durchführbar ist. Zu groß das Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus. Den Kinder- und Jugendschutztag vollständig abzusagen war jedoch auch keine Option. Vielmehr wäre es ein falsches Zeichen für den Kinder- und Jugendschutz. Gerade in Zeiten der Corona-Krise waren viele Familien mit Kindern auf sich allein gestellt. Die gewohnte Alltagsstruktur war weggebrochen durch die Isolation und Schließung von Kita und Schulen. Hilfsangebote standen nur eingeschränkt zur Verfügung. Wenn Überforderungen, Existenzängste oder andere Probleme Familien belasten, kann dies zu einem Anstieg von häuslicher Gewalt führen. Kinder und Jugendliche sind häufig die Leidtragenden. Ein aufmerksames Miteinander ist jetzt wichtiger denn je, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen nicht aus den Augen zu verlieren. Der diesjährige Kinder- und Jugendschutztag wird ein wenig stiller sein als seine Vorgänger, aber nicht weniger wirksam. Das Netzwerk Familie im Landkreis Goslar startete im September eine Kampagne zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Für Erwachsene gibt es eine Plakataktion, die das verantwortungsvolle Miteinander fördern soll. Für Kinder und Jugendliche wurden Rucksäcke gepackt, die neben einigen Giveaways wie eine stabile Trinkflasche, Schlüsselanhänger, Kugelschreiber sowie Malbüchern insbesondere eine Notfallkarte enthalten, auf der alle wichtige Hilfetelefonnummern notiert sind. Bei der Verteilung der Rucksäcke wird das Netzwerk unterstützt von Jugendzentren und Jugendtreffs im Landkreis Goslar, Kindertagespflegestellen, Sportvereinen, Schulen, Beratungsstellen und anderen Institutionen, die im Rahmen ihrer Kinder- und Jugendarbeit das Material an Kinder, Jugendliche und Eltern weitergeben. Oberbürgermeister Dr. Oliver Jung lädt am Montag, dem 14. September, von 15 bis 16.30 Uhr zur Bürgersprechstunde in das Verwaltungsgebäude der Stadt Goslar, Schale-Jakob-Straße 3, ein. Die Bürgersprechstunde steht allen Goslarer Bürgern offen und ermöglicht ein persönliches Gespräch zu städtischen Angelegenheiten und Themen mit Oberbürgermeister Dr. Jung. Anmeldungen mit Angabe des Themas werden bis zum 10. September im Büro des Oberbürgermeisters unter der Rufnummer 05321 704 222 oder per E-Mail an bureau.oberbürgermeister at goslar.de entgegengenommen. Am kommenden Mittwoch, dem 9. September, werden von 13 bis 16 Uhr Wartungsarbeiten an dem städtischen Telefonanschluss durchgeführt. Dies wird alle Rufnummern der Stadtverwaltung betreffen, die nach der Goslarer Vorwahl mit der Nummer 704 beginnen, also z.B. die zentrale Rufnummer 05321 7040. In dringenden Fällen ist die Verwaltung während des Wartungszeitraums telefonisch unter der Rufnummer 05321 393 8266 zu erreichen. Träne Rufnummer Vielen Dank.